Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let the Life is Strange. Ja, nachdem wir in der letzten Folge einen grandiosen Plan mit Chloe geschmiedet haben, wie wir an die Schlüssel für den Wohnwagen von David, ja von Davids, oh mein Gott, von Frank kommen. Ja, und David auch mehr oder minder verteidigt haben. Und ich immer noch nicht so ganz wohlfühle mit dieser Entscheidung, aber ich nach wie vor immer noch irgendwie zum Wohl der Familie und Joyce gedacht habe. Ja, müssen wir mal schauen. Ich ahne, das wird jetzt lustig, an Franks Schlüsse zu holen, weil immerhin wollten wir ihn ja erschießen. Aber so hätte er sonst die Waffe, ne? Oder wir hätten sie uns hier holen können. Okay, es ist offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Tickets organisiert. Musste dafür ein paar Typen verscheuchen. Verdammte Nerds. Okay, okay, ja. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ja, soll das auch nicht. Was? Nathan ist hier? Ach du Scheiße. Als ob der sich mit uns unterhalten wird. Ah, was auch immer. Äh... Oh, schau, Max Amber. Schönes Outfit. Hm. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweed bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't a bitch nitched on me to that fucked up principle! Was weiter? Rachel and Frank. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean don't talk to the cop about that dumbass. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Die Schlüsselinformation kannst du entweder bei... Bei... Beim Wacht... Beim Wachtmeister. Ich würde es erstmal bei Nathan versuchen. Dann haben wir immer noch Frank und auch nochmal den Wachtmeister. Dein Vater. Hm? Your sugar daddy will always protect you. And threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hm? Spoiler alert. He's an asshole. Maybe I can help you. Hm. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Holy shit. What do you want now? Rachel und Frank. I bet Frank... Nice... I doubt... Like you... Aber warum sollen wir das bei Ihnen nochmal an... Drogen im Angebot? Listen Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. You know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your ass up. Oh yeah. Won't come I guess. There she is. Super Maxine. That's your new nickname around the bay. Okay. Sorry. But you did earn it. We're all real proud of you for helping Kate down. Thanks Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackwell Academy. David Madsen. Rachel and Frank. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit okay? Hey man that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You couldn't bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. Ah. To his credit. He had a revelation. He saved a bunch of the dogs. He kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Geben wir uns Mühe. Ich würde erstmal das eine ausprobieren. What the fuck now? Gerettete Hunde. You act so scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Can I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I won't even let you pick up the dog shit. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. But no fix for you. Tja, dann... Können wir die einfach nehmen? I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Hehehe. Man, wir haben es versucht, ne? Aber gut. Dann versuchen wir es mal mit der anderen Dialogoption. Noch habe ich die Schlüssel, ne? Ah. So geht's natürlich auch. Oh, da ist Dings. Das wird irgendwie auch ein Running Gag, oder? Das ist gut. Das ist, äh... Das wird irgendwie zum Running Gag. Hey, Chloe. Tür des Wohnmobils. Bitteschön, Chloe. Ja. I should have known. The amazing spider, Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark. Get set. Throw! Richtung Parkplatz werfen. Ich möchte nicht, dass der Hund womöglich noch mal fahren wird. Ich hab mal ne Frage. Ich möchte es eigentlich ungerne probieren. Ich möchte es eigentlich ungerne probieren. Was passiert, wenn ich in Richtung Straße werfe? Wird er überfahren? Ich schmeiße David in Richtung Parkplatz. Ich möchte mal gucken. Gehen wir rein? Ich kann es aber auch nicht rausfinden, ne? Nein. Ich will nicht da gehen. Ja. Wir schmeißen in Richtung Parkplatz. Der Hund kann ja nichts dafür, wie er erzogen wurde und alles, wenn da was ist. Deswegen... Nee, komm. Das hätte ich so oder so gemacht, so wie es ist. Also... Ich hoffe, dass da 100% der Menschen auch so entschieden haben. Ganz... Also... Das wäre erstaunlich, wenn das nicht so wäre. Na dann. Nein. Nicht? Was mich noch interessiert... Wir haben ja Rachel von den Bildern... Äh... Chloe... Chloe... Chloe von den... Wir haben Chloe ja das erzählt mit Frank und Rachel und den Bildern, ne? Hätte sie uns geglaubt, wenn wir ihr zugestanden hätten, oder wäre das nicht so gewesen? Futternapp. Wunderfutter. Haste sich auch ganz schön verändert, ne? Das ist ein Poodles Name. Zip, Nada, nichts. Na dann zu. Ja. Ah, weiß ich ja nicht. Go away. Baseball. Oha. Mhm, mhm. Definitiv. Ja, logisch, ne? Cornflakes oder irgendwie sowas. Plastikbeute. High-Fei-Anlage. Ja, ich glaube, jeder hat da außer seine Gründe für eine Lötlampe. Leitfahnen zum Handel im Web. Fünf Noobs. Okay. Okay, Lüftungsschacht kann man öffnen. Ich könnte dieses Vendor öffnen mit dem richtigen Werkzeug. Ja. Das ist fast so süß, dass Frank mit seinem Hund seien. Oh, eine Kamera. Können wir uns das Messer einfach an? Medikamente. Okay. Maybe auch beides. Was haben wir hier? Mit dem Messer können wir vielleicht versuchen, oder? Ja. Wir machen mal den Lüftungsschacht auf und den anderen konnten wir ja bestimmt auch öffnen. Ah. Okay. Aber als ob das Messer gleich kaputt geht, wenn man das so mit... Muss ein billiges Messer sein. Na, sieh mal einer an. Das ist das, was wir brauchen. Frankie B. Hoffen, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am Arm Pompatou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Manchmal hab ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. Oh. Das... Das... Ja. Frank, was du getan hast, war uncool. Und schiebst nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht. Und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So hab ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir... Vielleicht mit der Routine brechen. XO Rachel Amber. Boah. Ja. Frank Stash. Das... Das macht mich jetzt schon ein bisschen entsetzt, ne? Das mit Rachel und Frank. Ist schon heftig. Erstaunlich. Ah, Chloe, ne? Guck mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, nicht gut. Das ist noch beschissener, dass der Schlüssel jetzt weg ist. Wenn er eins und eins zusammenzählt, dann haben wir ein Problem. Aber wir können dagegen jetzt auch nichts machen. Was ist der da eigentlich? Sieht komisch aus. Ach, Mensch. Chloe, tut mir leid. Dass ich es jetzt so erfahren musste. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody. Otherwise, it's all my fault. Fuck that. Wer da wachsen, keiner ist schuld. Keiner ist schuld, ja. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? William? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Yeah. Your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does. No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. Yeah. Ever since he died, my life has been dipped in shit. That's what I see. You're still here. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Well, it's not like that. Hätten wir... Hätten wir Partei für Chloe ergriffen. Das... Lässt mich meine Entscheidung wieder überdenken. Ich kann Chloe auch verstehen, ne? Oh, my God. What is happening now? Ah. Okay. Okay. Benutze ARD, linke und rechte Maustaste zum Finden des idealen Punktes. Mal gucken, wie das funktioniert. Linker und rechte Maustaste. So. Ja, nicht ganz. Nee. Ja, ja. 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 Oh. 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 Boah, das ist, äh, interessant. Ja. Chloe. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whites Waffin in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Ich liebe William, wie er in meiner eigenen Familie war. Ich lasse ihn heute nicht sterben. Ich lasse ihn heute nicht. Ich lasse ihn heute nicht. Ich lasse ihn heute nicht. Magazin. Ich weiß tatsächlich, dass wir hier ein Foto machen können. Okay, jetzt tatsächlich nicht. Aber ich... Mir wurde gesagt, das Foto soll man erst einsammeln, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Weil da soll sich wohl irgendwie ein Spoiler hinterfinden. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen möchte. Wir sind gerade erst bei Episode 3 von 5. Ich sammle das... Das Bild dann einfach später ein. Ich... Möchte mich jetzt nicht spoilern lassen. Ich weiß, dass da ein Bild ist. Und da ist es... Kann ich das... Kann ich das... Achso, ich kann den Stecker ziehen. Ja. Deswegen seht es mir nicht nach. Ich wollte eigentlich alle Bilder... Bilder sammeln. Aber wenn... Wenn da ein Spoiler hinter ist. Geht ja nicht. Wir haben das Telefon gekappt. Moment, warte mal. Ich will was versuchen. Deine anrufen. Hallo. Hi. Kann ich bitte mit Joyce Price sprechen? Oh, sie hat weg? Verdammt. Äh... Sind Sie sicher? Okay. Sorry. Danke. 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 Können wir den Telefonstecker ziehen? Ich würde auf einer Seite... Mich würde es... Auf einer Seite... Trotzdem schon interessieren. Was das Bild ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will mich halt wie gesagt nicht spoilern lassen. Das will ich definitiv nicht. Papa, danke für den Tagesabflug zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss Chloe. Und DVDs. Oh, ja. Ich vermisse Movie Nights hier. Cookies und Popcorn. Mhm. Familienpontriere. Meine Familie hat nie immer lustige, lustige Fotos wie diese. Brugieren. Ich weiß, dass sie nie diese große Vakation haben. Ja... Chaos. Was ein Müll, das wir gemacht haben. Hey, Honey. I remember those cool drawings I did with Chloe. Oh. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. I know I've seen those pictures before. Oh. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Ahhhhhhhhhh. Ahhhh. Excuse me ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. Dann hole ich mir doch irgendwie die... Der wird ja seine Schlüssel rumliegen haben, oder? Ne, das kann man ruhig so lassen. Hat seine Schlüssel? Wo hat er seine Schlüssel, vielleicht? Zeichnen? Ah. Hat er seinen Schlüssel dabei? Nein. Ah, überzeichnen. Habe ich das noch? Ne. Hey, Honey. Ich will ihn davon abhalten, ins Auto zu steigen. Kann ich die Schlüssel vom Auto nicht einfach klauen? Ich glaube, ich komme nicht an die Garage, ne? Da ist... Wo geht er hin? Ich kann das nicht abhalten. Mindestens noch nicht. Ich wollte auch vorstellen, wir machen jetzt hier eine kleine Folgenpause, weil wir sind schon wieder bei fast 27 Minuten. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge bisher hergefallen hat und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Life is Strange ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020